dem ist der verbindet sich nicht schlecht sport haben wir 30 schuss mal ist jetzt nicht unbedingt die beste waffe aber man kann sie schon mal wehren jetzt wäre jetzt nur ehrlich schlecht ehrlich wenn ich muss ich finde jedoch auf die schweiztür der luthen hier ist der luthen warum verbindet er sich im liegen ich weiß es nicht der rucksack ist ruhig die sachen da drin sehen gut aus das kann schon mal passieren fragt mir mal was lautet die akka die hatte er da ist klar dann gehe ich wieder zurück und schnapp mir noch die musik ja ich habe einen spiel oder für die markt genommen und weißt du was dass man machte der markt und weißt du was ich habe 60 schuss ich habe es richtig gut gut dann schlafen wir und jetzt wieder was war kurz eine seite hin auf okay ich habe aber ich lebe weil ich weiß nicht ob ihr das kennt oder so weil mir ist es jetzt gerade halt so ergangen ich stand hinter der kasse in der tankstelle und hier ist ich schieße auf alle meinte dann jo greifen wir den mal an er hat dabei eine sache irgendwie nicht beachtet nämlich dass die kasse irgendwie ein schild gebildet hat und er mich nie getroffen hat bis auf so zwei leichte schläge und ich habe ihn halt kassieren lassen problem ist du musst eigentlich hier hin kommen mein freund ja das greift man mir auch nicht weil ich habe so viel zeug hier noch liegen was ich zur seite gezogen habe ich bin unterwegs von der habt ihr mal gerade gesehen wie scheiße die sport ist sieben schuss für einen zombie ist nicht so weil war nur sechs schuss aber ich komme ja schon ich weiß nicht ob das jetzt das jetzt in Ordnung ist dann was denn ich bin wahrscheinlich tot weil meine sicht ist mehr als und so ja zum oberen verschont sich irgendwo oder sie zu dass sie liegen ist ich möchte ja das loot nicht komplett alleine lassen kannst du ja noch ein blick drauf haben ich bin an der tankstelle ja da ist nicht so viel mit verstecken nach oben auf dem wer na gut ich werde es versuchen sag mir bitte bescheid wenn du da bist mach ich aber so ein hund aber warum rennt er denn nicht mit seiner geladenen magnum da rein der hatte die noch niemals geladen wie ich sag Mosin hast du dabei Mosin habe ich dabei Spot habe ich dabei ok also gut wir sind gleich mega gut bewaffnet also wenn ich den lebend ankomme aber dürfte eigentlich die Schüsse waren ziemlich weit weg wir haben Menschenfleisch ja stell dich doch hin beim Essen du vollhorst ey sonst legt er sich bei allen Sachen hin oh ey Prostata Entschuldigung weil du es bist ok du bist an der Tanke Sausse ja ich glaube dann schneide ich das bis dahin weg weil der Weg ist doch ein bisschen sehr weit was ist das von Cerno bist du Tanker Geht so ne ja wohl aber nicht schneide es weg wenn nichts passiert Frage ist jetzt halt was hast du an Zeug und so da äh du meinst jetzt ausrüstungstechnisch ja genau was hast du da weil ich sag mal hier liegt jetzt nur eine P1 um die Schade wäre und da habe ich ein 8er Magazin für ja das ist wirklich die P1 dann wenn ne ich habe eine 1911er habe ich gerade P1 gesagt du hast P1 gesagt Entschuldigung diesmal war es mein Fehler ich würde die jetzt aber so machen ich würde jetzt einfach hier auch mal ein paar Sachen essen weil ich ja sowieso am ja mach doch und dann komme ich zu dir runter so ich bin jetzt heute auf dem Weg nach dir wenn du in der SKS findest nehmen sie mit jetzt soll ich noch alle mitschleppen Junge ich habe 30 Schuss ok nur dass der Ushikopter hier nicht in der Nähe gespawnt ist und da kommt er angerannt glaube ich ok hier ist nichts mehr von ihm dann also hast du alles mitgekriegt? ja ja ich sehe gerade ich habe vergessen den Timer zu stoppen ach ich liebe es egal aber du bist ja kein Bock mehr denn was denn was denn? ich habe dich jetzt gerade leider nicht verstanden ach so ich habe vergessen den Timer zu starten oh oh egal ich habe gerade mal wieder den gängelischen Volkssport in der Ukraine übertrieben weil ich spiele in der Nähe nee leider nicht das hätte halt sonst noch mehr Spaß gemacht schade nein dik also hier so ich bin jetzt gleich äh bei dir glaube ich ich bin gleich am neuchton die mit dir wohin du willst der is empty steht bei mir nur geil ja muss reichen alles klärchen 2,6 2 x 54 sind ja genau richtig ist das nicht 51 das sind die dinger hier die 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 in dieser weißen verpackung waren geht das nicht das war jetzt creepy huiuiuiuiui aber ringgelöst mithilfe des der kasse der registrierkasse ich bin jetzt an den häusern an denen sind drei einzelnen ja ich bin am leuchtturm es wird er gar nicht gemacht haben während des patches während des patches der jetzt gerade aktuell ist nervös war gar nicht das stimmt das war eigentlich auch noch mal erledigt können wir ja noch mal auch so viel zu tun aber ist der Hund mir die ganze Zeit hinterher gelaufen ich dachte der biecht irgendwann ab und dann so weiter du bist an den drei Häusern sagst du ja ich laufe jetzt gerade weiße Hose da weißt du Hose muss ich haben ich seh nicht viel mein Junge hallo oh das bist du helas hallo 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 nur verstärken bis hier runter ist und verstärker gehst du da so äh du brauchst was hier oder wo ist sie die shotgunball ich war halt die schrotti ja du nimmst Morsim hast du jetzt auch die Munition? sie äh oder sie ah ok das reicht schon reicht schon gut pass auf aber hier dann teile ich mit dir schwesterlich obwohl ne hast du selber 3750er ja wenn du noch ne macken musst ansonsten kann ich die nicht wirklich gebrauchen so ähm ja pass auf dann hier bitte sehr ja mit Speed so oder? hast du noch ne secondary oder? nö bisschen speediger du kannst das wahrscheinlich besser gebrauchen eigentlich so was machen wir mit der Sporter? hm das wird jetzt äh tschüss Sporter hä? hä? tja die ist einfach nur aus deiner Hand nein die liegt vor dir ha 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 what the hell? na wenn das so ist ich bin ein cheeeeeter dann müssen wir die Sporter hier so liegen mal beziehen nämlich mit so dann trinken wir ganz kurz Schrott gesichert gesichert und entladen brauchst du was zu essen? ähm wenn du noch ne Dose zu fressen das wäre ganz gut habe es dann für dich einmal dreimal 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 nicht jetzt nehmen hä 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 ich hab sie bei mir what the fuck what the fuck wollen wir ausprobieren? nein what the hell? what the hell? what the hell? ich hab jetzt seine EZ aufgedruckt die ist jetzt gerade eben mal schief gelaufen ich die mal wieder hin Fairtrade denn alles jetzt nehm ich mal ganz kurz die fucking äh jetzt pass mal auf wer das macht mein Freund was soll das denn? hä wo ist sie hin? weg ah meine ITZE warum liegt deine Mosin noch im Gras? na das wird's wie ich hoffe ich bin zu verarschen HUSUCH habe ich in der Hand HUSUCH jetzt ja gerade nicht what the hell? ok alles klar wir können